Das ist aber ein großer Freefall Tower. Hey, nehmen Sie die neugeborene HS-U-Einheit? Können Sie natürlich auch den Bot ausschalten. Meinst du, das könnte man eigentlich auch machen, ne? Wir können es halt probieren, also können wir einmal auslösen. Ja, kann man machen jetzt. Kannst du bei Escaping was machen? Ja. Nicht hier drin? Äh, was? Was ist das? Das müssen wir mitnehmen, keine Ahnung was ist. Das ist super aufheben. Oh, das ist ein Gegner. Ähm, Licht. Okay. Oh. Du hast nichts gesehen. Was ist denn eine komische HS-U-S-Einheit? Oder HSU-Einheit? Sollen wir die nicht recyceln? Nee, reanimieren Sie die neugeborene HS-U-Einheit? Ja. Das ist unsere Aufgabe auch. Ja, aber was ist das? Boah. Tja. Stimmt was Gutes. Sehr schön, sehr schön. Wirklich, da gibt's wohl häufig, ne? Ja, auch häufiger wie Munition. Ist das ein Alarm? Das ist eine Alarm-Tür. So. Was haben wir denn hier? Die können ja eigentlich nur von unten kommen, ne? Von hier. Tor 445. Hat jemand ein Geschützturm? Martin hat ein Geschützturm, ja? Verwandte Bayern. Ich vermieden das mal. Machen die Türen auf, ja? Ja, ja, die bauen die irgendwann durch. Wo wäre es denn clever das Geschützt-Ding? Ja, vielleicht hier so auf die aufs Tor. Super. So. Einfach. Joa. Ja. Und dann? Dann auf auf. Wird schon nix. Möchte auch rein? Ja. Ja, ja. Also bei diesen großen Sicherheits-Scans. So. Ist das auch noch mal viel mehr? Hm. Hm. Okay. Das ging ja. Oh. Weiß, steck. Martin, licht aus. Links noch einer. Wieder ein? Joa. Dann nehme ich den mit rechts. Dann nehme ich den mit rechts. Oh. Oh. Links. Ah, der ist was du. Oh. Wen kriege ich doch? Rechts im Deck ist noch einer. Määau. Oh. Ein Messer. Aha. Das hat man noch gar nicht, oder? Ich dachte, ich habe den am Anfang. Der Speer ist besser. Ich muss sagen, der Speer ist auch mein Favorit. Also den Knüppel fand ich auch nicht so gut. Ah. Aha. Schicke Kiste. Hm. 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 Schmelzer. Hm. Könnte die ganze Anlage niederschmelzen, wenn wir wollten. Zone 47 muss man hin. Ja. Und A. Also dahinter kommt A. Beep. Moment. Ich fäcke hier gerade noch. Oh, hier ist, äh. Wie ist die Keycard? Kef. Hm. Hm. Na, wir wollen durchblick. Da, wo ihr wart, da waren wir schon. Ihr wart hier drüben, ne? Wir sind 47. Da waren wir schon. Ah ja, stimmt. Das ist die Tür von dem, in der Richtung. Dann gehen wir hier einfach noch durch und gehen dann hier wieder so zurück. Irgendwie so, ne? Bestimmt schlau. Oh. 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 Okay. Äh, okay, jetzt war bei mir alles schwarz. Ja, bei mir auch. Ah. Okay, also hier ist die Keycard-Tür. Wo? Da? Im Norden. Ja. Aber da kamen wir auch durch. Könnten wir jetzt auch durchgehen, oder? Äh, ich glaube, da konnten wir schon vorher durch, aber bloß halt Alarm einfach. Ich bin auf jeden Fall Viecher drunter. Ah, okay. Okay. Na gut, dann gehen wir nur da oben lang. Ja. Ähm. Ich vermieden die beiden Türen, unten und rechts. Sechs Viecher hinter der Tür auf jeden Fall. Aber es ist eine Alarm-Tür, ja? Das weiß ich. Drei. Ja, das ist eine Alarm-Tür. Ja, das ist keine Alarm-Tür. Ah, okay. Ah, das war die andere drüben. Ja, die andere. Mhm. Ja, die andere. Noch mal ein Checkpoint, Alter, ist er hier. Ist aber großzügig mit Checkpoint. Ich hab wohl sehr viel Krieg zu geben. Das kann halt auch sein, dass es wirklich das erste Level angenommen ist. Ja, ich glaub, beim alten war das erste auch sehr leicht. Okay. Ich mach den links. Ja, okay. Oh, das ist ein Koso. Oh, ja. Oh, guck mal, ich bin hier. Nein, daneben! Ich geh den jetzt eigentlich... Könnt den... Ich weiß nicht. Ich hab mit Scharfschützengewehr abknallen. Ja, dann... Ich weiß nicht, du meinst oben rechts. Oben rechts dauerne, gell? Ja, rechts und links un welcher. Ja, aber ich glaub, der Große ist das größere Problem. Ja, ne? Können wir mal gucken, ob man mit dem neuen Scharfschützengewehr auch one-one, ne? One, ne? Schottet. 1, 2, 3, 4, 5... Mh... Nein. 6, 7... Oh Gott, hier ist noch ein Großer, der Schruffel ist mega scheiße, ähm der Große ist wieder aufgestanden, Alter nachladen, komm, Alter ist die Schruffel in der Scheiße, also die, die macht super wenig Schaden, ja, ja die macht super wenig Schaden, das ist die, ja, sag jetzt gerade aus wie die Schüsse einfach bei dem Großen abprallen, oh Gott, hier ist das Gadget für den Oliver, äh für den Martin, meine ich, bitte, ich weiß was drin ist, der Truhe da unten ist ein Gadget für dich, Taschen haben wir, große Reichweite, Oh, die macht Licht Oh, das ist richtig, ne? Schade, wenn ich hinlegen kann, irgendwo in der Ecke leuchten lassen kann oder sonst, das wäre gut So, und gehen wir dann, Norden, Osten, Westen Warte, wir müssen, Zone 49 Das ist hier gerade aus, weiter Oh, ja, okay Okay, dann mach ich mal auf Jo Muss ich jetzt nicht zu Füße sein Oh, ganz schön dunkel Links ist ein fetter Zwei Oder? Ja, es ist ein Zwei, ja, ja, nee, es ist ein Zwei, ich sehe das bei dieser Thermalsicht Ähm Soll ich mit Schlafschützen da drauf schießen? Jo Beide mit dem Header Kommen wir in den Kopf noch ein Stück zurück Kommen wir, da bist du nix mehr dran Mein Gott Okay, das ist aber eine ganz ecke Schwäche Man schießt halt schnell an der Sonne Ja Ja Ja, gut, man hat auch mehr Munition Sieg und zwar, das ist ja, ähm Ähm Impressionsgewehren, das ist ja Schauschüssegewehr, glaube ich Ja Sehr gut, das ist eine Unterschiede, die Schicksale zu schneiden Ja, ja Äh, brauchst du, brauchst du Oliver Mully? Ja Aber, also nicht unbedingt, aber wenn du welches loswerden willst, nehme ich Beide voll Ja gut, dann gib Hermit Hier ist noch Heilung Oh, knicklichter Knicklichter Knicklichter, oh Hier ist eine Alarmtür Okay So Die Tür geht auf, gell? Die geht dann auf Hier und die Also hinter uns würde wahrscheinlich nichts kommen Ja Doch Hinter uns? Unten ist eine Alarmtür, die werden hinter uns herkommen Da, wo wir jetzt stehen, Martin Ja, die kommen aber nur oben Genau, die kommen von hier, wo wir grad stehen Da kommen die her Genau Oh, da muss ich ja nichts geschützt rausstellen Am Süden, da komm ich her Ähm Hm Kannst du auch probieren Unten in die Mitte, ne? Hier so Meinst du, ja, wenn die durch die großen Eingang kommen? Aber kannst du probieren Dann verbinde ich sicherheitsweise hier oben die Seiten Alter, diese Minen an den Türen legen, gell? Junge Nein, ich will Alter, das ist so nervig So Oh, nochmal was für die großen So Ob ich Ich stell mich nicht hier unten hin Du müssen aber hierbleiben Wir müssen dieses Gänsehär machen Ach Ah Das wollte ich mal ausprobieren Das geht auch mit Granaten anscheinend, okay Ja, das ist Oh, ich hab auch noch eine Die Tür verstärken Oh, gut Ja, wird schon Hm So Links Martin Ja, das geht doch ein bisschen schneller Genau, das geht schneller, wenn alle drin sind Es schießt auf jeden Fall Und es hämmert auf jeden Fall was Was? Richtig durch, oder? Alter, es hält aber dann schon mehr aus Ja Was geht mal hier oben hin? So Oh Gott Ja, das war doch mal effektiv, würde ich sagen Scheinen alle tot zu sein, ne? Ich glaub das Geschütz war ganz gut Ja Schießt nicht mehr Ja, die kamen auch alle von unten Die kamen nicht von der Seite Optimal Komm her, mein kleiner Schütz Schütze Wally 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 Große Reichweite Leucht mal aus Summa 49 Ach, haben wir das Ding mitgenommen? Wo ist denn das Ding? Ach so, äh, okay Ich renne mal, ne? Ganz Ding Ach Gott, ganz am Anfang Ja, das liegt ganz am Anfang rum Ja, das liegt ganz am Anfang rum Ja, ja Aufgehoben, hingelegt, weggegangen Ja Hallo SAFKON Irgendwie habe ich das Gefühl, das darfst du nicht fallen lassen Ich kann es auch nicht schmeißen Also das hätte ich schon probiert, aber das geht nicht So Kann man dich jetzt hier so Dinger setzen, oder was? Oh, ich kann es hier einsetzen, ja Naja, okay Okay, dann tue ich mal, ne? Los SAFKON, tu was Drei Fuß Drei Fuß Drei Fuß, okay Gegner, Gegner, Gegner Können wir die Tür zu machen? Und wir hier? Von welcher Seite? Von welcher Seite? Ich weiß nicht, die kommen irgendwo durch Ich vermien hier einfach mal Boah, die Schieße So Das ist doch schnüppel Geht aus dem Kamal Supergeil Ich hab das halt nicht Ganz oben kommt noch mehr Alter, dieses Geschütze ist super Alter, dieses Geschütze ist super Ja Ding ist hier halt überall Es kappelt unter den Mienen durch Was für'n Scheiß, ey Was für'n Scheiß, ey Äh, müssen wir das einfach zurückbringen? Kann das sein? Eintrittspunkt Also, wo wir hergekommen sind, zurück Können ja aber nix mitnehmen Bringen sie das Neugeborene zum Einheits-Eintrittspunkt So in die Bank des Zoll Das liegt hier vorne, da Ah, okay, dann kommen wir wahrscheinlich die ganze Zeit Gegner Wer mag das Ding nehmen? Ich kann's auch nehmen Okay Den bau ich jetzt gleich mal mein Geschütz ab, oder was? Ja Oh, groß, groß Okay Vielleicht können wir so stepweise vorgehen mit dem Geschütz auch immer Alle Gegner fliegen Oh, da kommen aber nicht noch ganz schön So, gehen wir mal davor? Ja Oh, bin ich langsam mit dem Düngel Da kommen welche? Oh, sorry Ich hab die Dings geflogen Wo ist denn 43 überhaupt? Ganz am Anfang Ganz am Anfang, okay Hallo? So Na, musst du aufpfeilen? Ja Hat jemand Munition noch für den Fall der Fälle? Ne, ja Äh, ich hab nur Medipix Vorsicht Jo Okay Du hast aber noch Packs, oder? Dabei für fürs Geschütz Ja, fürs Geschütz hab ich Kann ich dir geben Brauchst du? Hab noch 148 Also, alles gut Wollen wir noch eine Weile abwarten, oder? Ja Los, oder? Jo, weiter Großer, großer, großer Oh So, zurück Ja, ist down Oh Gott Die denn ist er? Die Famine von hinten? So, wir müssen hier raus Was zum Scheiß Ja, äh, ja Oh, hinter mir kommt was Oh nein Das Ding in der Hand Jo, jetzt Bleib doch mal still Von vorne schon? Ja Michael, bleib bei dir, nimm das Ding mit, ja Dauert halt immer super lange, bis ihr das hinlegt Ah Oh, Moni wird langsam Ja, bei mir auch Gibt sich das Tor, ich vermieden Was von rechts kommt, kann ich halt jetzt nix machen Ja, nimm es, nimm mit, ich mach das, ich mach die Tür zu Ach, geht nicht, das ist so'n Scheiße Okay Ja, grad ist durch Ja, grad ist durch Und durch? Ja, nimmt das Ding an die Hand Ja Oh nein, das ist, ich tu das mal kurz hacken, ne Da krankt noch was Da krankt noch was Da krankt noch was Da krankt noch was Dann brauch ich das Ding nicht mitnehmen, ne Hä? Achso Ja, jetzt liegt's drinnen Steht eigentlich da vorne ganz gut, glaub ich Ja Na, auf den hol Ja Ja Ja, das war schon echt einfacher Ja Aber war cool am Ende Spass gemacht Ja Voll Sauber, sauber, sauber Das Geschütze ist super, muss ich sagen Ja Instabil